Hallo? Hallo? Bisschen neuer, oder? Ja. Jana. Jessie. Hey. Boah, ich würde voll gern duschen. Ist total warm. Ist aber heute auch echt viel los. Ach echt? Ach krass, ich dachte das wäre jeden Tag so. Ne, ist nicht immer so voll. Ey, Gott sei Dank. Ey, du meine Schuhe, die bringen mich um. Oh, scheiße. Oh, ist voll warm. Oh, ich schütze ruhig. Willst du? Ne, danke. Ey, sieht man die Schweißflecken schon? Ich würde mir an deiner Stelle schon ein bisschen die Augen schminken. Du hast total schöne Augen. Außerdem, die Männer hier erwarten das, sonst kommst du nicht an. Hast viel weniger Chancen auf Trinkgeld. Ne, lass mal. Probier's doch mal. Sieht sich ja total gut aus, wirklich. Vertrauen mir. Komm. Ist lustig. Ich mach's dir. Okay. Hör mal die Augen zu. Warte, still halten. Oh Gott. Du hast das noch nicht über die anderen gemacht. Du hast die Augen nicht so zusammenknallt. Ja. Okay. Oh Mann. Ja, sieht doch gut aus. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ja, das musst du dir wegdenken, aber sonst? Wenn du jetzt noch ein bisschen die Tippen rausstreckst, dann schleppst du halt noch jemanden ab. Erstmal. Ich hab auch einen Freund. Und? Ich auch. Ich mach so was nicht. Ich auch nicht. Was ist denn mit dir los? Ich habe es. Ich meneые. Sie esas reporter Dinge. Nein, ich kann das nicht. dov'ägen Obviously zu. Und da sind nicht.